Ich will mit dir jetzt mal reden, du fängst mit uns alle Ärger und genau Telegram-Gruppe und dann sind sie. Wieder Ärger-Bier, lass Leute reden dem Ital jetzt hier nochmal. Was ist dein Problem jetzt, du fängst immer Twitch der Ärgern und dann geht's wieder von vorne los, was ist dein Problem ist, du brauchst mal einen Test mit meinem Bach richten, hatte du. Bist ein Kotzenangeberin, Entschuldigung, aber eben für normal auch wieder am Anfang hier alle und ich sage jetzt nur noch gehen. Mal zu du machst so lange weiter, bis mal ein ein kein Freund hat und das ist meine Meinung mir, liegt nicht ähnlich. Dein Bellagrad drücken und man erinnert dich mal dran, früher war richtig Hilfeproblem uns alle auf YouTube, ja fahrt jetzt. Wenn ich dann Lügeverbreitung und alle Melise in dich deinen Himmel umschreiben würde und meine mal nach dem Glück und miteinander spielen ineinander oder mal schreiben auf Facebook machst. Und jetzt Freunde von ich hab fallen, super Trave. Dich du hockst jetzt ins Stadtpark und fährst du ganze Tag dahin und dann kein Video bist du, mein ich habe für den gestern. Sind Flugdrohne und der Eroberte melde dich erstmal in dein Hirn mal eins. Hast du mich verstanden, dann will ich hören. Entschuldigung und mit denen nochmal. Schreib mal hast du verstanden, jetzt sitzt du hier, ist der Park und da bleibst du und mal nach dem hast du verstanden und kein ohne ihre Freunde von Pia. Deine Idee ihr auch nicht, wenn ein Starpark. Auch beim Angstscheiß hier. Eron Malaja